Hallo zusammen, ich bin's wieder, Marike von der Bergischen Krankenkasse und wir machen heute wieder gemeinsam die Terrabant-Übungen. Los geht's! Die nächste Übung nennt sich Katze-Kuh und dient der Mobilisierung deiner Wirbelsäule. Bring dafür das Band hinter deinen Rücken und ungefähr auf Brusthöhe und führ dann die Enden unter deinen Schultern hindurch. Kommt man in einen Vierfußstand, setzt die Hände, Knie und Füße auf, die Hände sind unter deinen Schultern und die Knie unter deiner Hüfte. Der Rücken erst in einer neutralen Position und der Nacken in Verlängerung zur Wirbelsäule. Beginne dann mit der Ausatmung deinen Rücken rund zu machen und Wirbel für Wirbel nach oben zu ziehen. Mit der Einatmung öffnest du deine Brust nach vorne, der Blick geht ebenfalls nach vorne und zieht das Speisbein nach oben. Ausatmen, wieder einen Katzenmuckel machen und einatmen, die Brust öffnen. Wiederhole das Ganze in deinem eigenen Atemtempo für ein paar Mal und komm danach langsam wieder aus der Position raus. Viel Spaß! Falls ihr noch Fragen habt, schreibt diese gerne nach unten in die Kommentare und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal. Ich muss jetzt mal weiterarbeiten. Wir sehen uns! Wir sehen uns! Untertitelung des ZDF, 2020